Oh, ich bin's wieder, Charlotte Eine, Flötenspielerin. Und heute lerne ich mit dir ein einfaches Weihnachtslied mit fünf Tönen Jingle Bells. Das ist die einfache Variante für die, die noch nicht so lange spielen. Und nur mit der linken Hand bisher die Töne gelernt haben. Und zwar die Töne G, A, H, C und D. Am besten du spielst mir von der Hand ab und übst es so, denn dann kannst du viel, viel freier und auch schneller spielen, wie wenn du immer in die Noten schaust. Okay, wir fangen an. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und fertig. Okay, das kannst du jetzt erstmal langsam üben. Du kannst das Video in den Slowmotion-Modus unten stellen, dann kannst du langsam mitspielen. Und jetzt spielen wir es noch einmal ein bisschen schneller und dazu mache ich die Noten, damit ihr auch mit Noten mitspielen könnt. Okay, los geht's. Und jetzt kannst du ein bisschen üben und irgendwann kannst du es genauso schnell mit mir mitpielen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei beim Üben. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir bitte einen Daumen hoch. Abonnier auch meinen Kanal kostenfrei. Dann wirst du noch mehr Weihnachtslieder von mir finden in den nächsten Wochen und mitspielen können. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und sage Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020